Ich fange mal hinten an. Ich konnte während der gesamten 99 Stunden, um die 100. Stunde auszunehmen, mich selbst immer gut kontrollieren und habe auch unter dem Wassermangel gelitten, habe geschwitzt und so weiter. Die hygienischen Verhältnisse, kann ich gleich nochmal schildern, waren ja auch katastrophal. Aber wir sind dadurch, dass wir in dem Flugzeug waren und diese Flugzeuge nicht zwischendurch verlassen konnten, immer diesem räumlichen Klima ausgesetzt. So hatten wir ja in Dubai, als wir dort standen, diese Klimaanlage, ich glaube, ganze Stunden lang nicht in Betrieb. Und da ist es wirklich jedem von uns so gegangen, es ging nur noch ums Atmen. Also man hat auch nicht mehr überlegt und die Angst ist auch weg, sondern es geht nur darum, es läuft der Schweiß wie in einer Sauna und unter einem bildet sich eine Wasserlache, weil man so viel Wasser verliert und es redet niemand, man sieht nur gesenkte Köpfe und jeder schwitzt so vor sich hin. Und nachdem dann die Klimaanlage wieder angeschaltet wurde und wir auch Wasser bekamen, ist mir das erst mal richtig bewusst geworden, was Wasser für die Menschheit bedeutet. Es war wirklich so, dass man den ersten Schluck Wasser als so kostbar empfunden hat, wie, ich weiß jetzt keine Vergleiche, aber als etwas sehr Besonderes. Und fehlende Nahrung war kein Problem. Wir haben ja gar nicht, wir haben uns nicht viel bewegt und es gab auch ab und zu mal etwas, ein Sandwich oder einmal haben wir sogar Kuchen bekommen. Also das war nicht das Schlimme, aber die Zufuhr von Wasser war schon äußerst wichtig. Und also bis auf diesen einen Moment, an dem wir ganz lange gedurstet haben, haben wir ja auch sonst immer etwas bekommen. 100 Stunden wach zu bleiben, gelingt natürlich niemandem und uns auch nicht, aber wir geiseln, wir haben da gesessen und immer so Sekundenschlaf oder irgendwie so etwas gehabt oder jetzt mache ich jetzt auch noch, wenn ich mittags mal einen Augenblick ausruhen will und zehn Minuten Schlaf reicht mir völlig, dann bin ich wieder vollkommen da und so ist es da auch immer gewesen. Man sah immer Leute, die schliefen mal kurz ein und sind dann aber wieder schnell aufgewacht und dass jetzt jeder, dass einer dort in einen Tiefschlaf versinkt, habe ich eigentlich kaum beobachtet. Ganz zum Schluss, also bevor dann wir in Mogadischu befreit wurden, da habe ich das große Problem bekommen, nicht mehr unterscheiden zu können, ist das jetzt wahr oder träumst du das? Und da war ich in großer Not, weil ich da die Kontrolle über mein eigenes Sein zu verlieren drohte und zum Glück ist das nur ganz zum Schluss erst aufgetreten, sodass ich damit Ihnen jetzt gar nicht so sagen kann, wie habe ich das bewältigt, sondern in diesen Momenten, die dort auftraten, da war ich in höchster Not, weil ich scheinbar die Kontrolle über mein eigenes Leben verlor und also auch nicht sehen konnte, wie verhältst du dich danach oder was wird jetzt eigentlich aus dir. Das ist aber nur, wie schon gesagt, erst in den letzten zwei Stunden gewesen. Für die hygienische Geschichte will ich noch einen Satz sagen. Es macht vielleicht deutlich, wie die hygienischen Bedingungen bei uns im Flugzeug waren, dass einer der GSG-9-Soldaten oder Beamten am Ende sagte, Leute, wir waren auf alles gefasst, wir haben alles vorher geübt und die Türen und auch die Gegner waren für uns kein Problem. Aber was uns an Gestank erwartet hat, das haben wir nicht ermessen, das hat uns fast umgeworfen, weil man da vor lauter Ammoniak und anderen Gerüchen also gar nicht mehr atmen konnte, wie ihr das überlebt habt, ist ein Wunder. Und so ist es ja auch wirklich gewesen, ich weiß nicht, du brauchst nur kurz zu schildern, die Toiletten und sowas funktionierte ja nicht mehr, das war alles mit Kot überseht und wie gesagt, wenn jemand trotzdem noch wagte, zur Toilette zu gehen, dann haben wir hinten von dem Moment, wo die Tür geöffnet wurde, die Luft angehalten, damit wir bloß nicht atmen mussten, wenn die Toilettentüren geöffnet waren.